Herzlich Willkommen! Mit diesem Video möchte ich Sie neugierig machen auf ein völlig neues Konzept, das helfen kann, endlich wieder die Finger vom Alkohol zu lassen und das helfen kann, innerhalb sehr kurzer Zeit wieder genauso fit und leistungsfähig zu sein, wie man war, bevor man angefangen hat zu trinken. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selber viel zu viel getrunken, viele Jahre und wie die meisten habe ich rückschauend, würde ich sagen, fast 20 Jahre gebraucht, bis ich es mir eingestanden habe, dass ich ein Alkoholproblem habe. Die größten Probleme hatte ich mit dem Wort Alkoholiker. Ich doch nicht. Ich bin doch kein Alkoholiker. Ich trinke zwar zu viel, aber Alkoholiker, das sind die, die vorm Bahnhof sitzen. Weit gefehlt. Die Statistiken sind da sehr klar. Alkoholismus ist vor allem ein Problem in den mittleren und höheren Einkommensschichten und den mittleren und höheren Bildungsschichten. Ich war trotzdem der Meinung, ich habe ja alles unter Kontrolle. Ich arbeite halt viel. Ich habe einen stressigen Alltag. Ich habe drei Kinder. Ich wuppt das alles und dann habe ich mir halt abends mein Gläschen verdient zum Runterkommen. Dass aus dem Gläschen schnell ein Fläschchen wurde und selbst dieses Fläschchen irgendwann nicht mal mehr reichte, das habe ich immer erfolgreich verdrängt. Als mein Mann dann irgendwann anfing, mir meinen doch kräftigen Konsum mal unter die Nase zu reiben, da war ich ja ganz schlau. Dann habe ich die praktische Zweitflasche im Küchenschrank verstaut und zusammen mit dem, was dann abends vielleicht noch zur Gemütlichkeit gemeinsam getrunken wurde, kam ich dann schon auf mein Level. Als ich dann endlich mal anfing, mir doch einzugestehen, erst mal heimlich vor mir selbst, das ist ja doch alles nicht mehr so normal, dann fängt man ja mal an im Internet zu suchen. Da gibt's dann auch ganz tolle Tests. Bin ich ein Alkoholiker? Habe ich ein Alkoholproblem? Praktischerweise gibt's von diesen Tests so viele, dass immer genau das rauskam, was ich gerne wollte. Also eine klassische Frage zum Beispiel, trinken Sie alleine? Nein, ich doch nicht. Der Hund ist doch immer da gewesen. Aber trotzdem. Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo klar war, ja, ich habe ein Alkoholproblem. Dann habe ich angefangen weiter zu recherchieren. Wie sieht eigentlich die gängige Behandlung aus? Denn ich wollte ja das Problem loswerden. Erkannt, okay, aber wie komme ich davon weg? Der nächste Frust. Denn die gängigen Behandlungsmethoden gegen den Alkoholismus, die sind doch nicht gerade wirklich von allzu viel Erfolg gekrönt. Gerade mal 30 Prozent oder sogar weniger sagt man, kommen vom Alkohol mit den heutigen Therapiemethoden weg. Das war mir zu wenig. Ich habe mir angeguckt, wie sieht das eigentlich aus mit der Behandlung? Und ich fand, das passte irgendwie alles nicht. Denn obwohl man anerkennt, dass Alkoholismus eine körperliche Erkrankung ist, behandelt man die Leute nach wie vor, als wären es psychische Probleme. Die hatte ich aber nicht. Also da war ich ganz sicher. Ich war glücklich, glücklich verheiratet, habe tolle Kinder. Ich war beruflich erfolgreich, finanziell gut gestellt. Ich hatte auch keine schlechte Kindheit oder sonst was. Und trotzdem kam ich nicht vom Alkohol weg. Für mich fühlte sich das körperlich an. Wie meine Schwiegermutter, die Diabetikerin war und die wie eine Kanonengugel auf die nächste Tafel Schokolade losschoss. Genauso fühlte ich mich auch mit dem Alkohol. Wie? Als würde mich körperlich was dorthin treiben. Ich bin seit 30 Jahren Wissenschaftsjournalistin. Mein Mann ist Arzt und Wissenschaftsjournalist. Und dann haben wir angefangen, weiter zu recherchieren. Haben uns genauer angeguckt. Was ist das eigentlich? Was passiert im Körper? Was macht der Alkohol mit dem Körper? Und herausgekommen ist, dass der Alkohol so viel im Stoffwechsel unseres Körpers durcheinanderwirbelt, dass man am Ende gar nicht mehr anders kann, als ihn weiter zu trinken, weil er scheinbar die Lösung des Problems ist, dass er eigentlich selber schafft. Also das heißt, der Stoffwechsel ist so durcheinander, dass man gar nicht mehr anders kann als trinken. Dann haben wir uns angeguckt, wie könnte man das Ganze denn wieder gerade rücken? Wie kann man dem Stoffwechsel helfen, wieder normal zu ticken und den Drang, den Schrei nach Alkohol wieder in den Flüstermodus bringen? Herausgekommen ist ein Konzept, dass mit Nährstoffen, also Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Eiweißen, dem Körper hilft, den Stoffwechsel wieder gerade zu rücken und dadurch den Schrei nach Alkohol nicht ganz verstummen zu lassen, aber in den Flüstermodus zu bekommen. Ich selbst bin mit diesem Vitamin-Mineralstoff-Spurenelemente-Konzept sehr schnell wieder vom Alkohol weggekommen. Es hat mich einfach nicht mehr interessiert, die einfachste Art überhaupt davon wegzukommen. Natürlich kann es nicht eine Vitamintablette oder einen schicken Cocktail geben, der einen Alkoholiker therapiert. Natürlich sind auch Veränderungen im Alltag nötig und vor allem muss man schon ein paar Tipps und Tricks in der Hosentasche haben, wenn man sich in dieser alkoholgeschwängerten Gesellschaft, anders kann man es ja nicht bezeichnen, doch erfolgreich dagegen wehren möchte, nicht zu trinken. Wehren ist genau der richtige Begriff, denn Alkohol ist ja erstaunlicherweise die einzige Droge, für deren Nichtkonsum man sich rechtfertigen muss. Zusammengefasst herausgekommen ist also ein Konzept, ein Buch, eine Website, die auf drei Säulen basiert. Als erstes erklären wir Ihnen ganz genau, wie der Alkohol den Stoffwechsel des Körpers komplett auseinander legt, was medizinisch im Körper passiert. Dann erfahren Sie, wie das bei mir funktioniert hat, mit welchen Nährstoffen ich meinen Stoffwechsel wieder in Normalsituationen gebracht habe und wie ich mich ganz schnell wieder dorthin gebracht habe, fit und leistungsfähig zu sein. Übrigens gibt es durchaus Kliniken, die auch mit solchen Konzepten behandeln, mit Nährstoffen, vorrangig in Amerika und die Erfolgsraten sind enorm hoch. Als drittes verraten wir Ihnen natürlich auch noch, wie man sich im Alltag am besten verhält und welche Tipps und Tricks es gibt, damit man das erste Glas dann doch erfolgreich stehen lassen kann. Über Ihr Interesse freue ich mich. Das Wissen steht im Buch auf der Website unter alkoholad.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017